Hallo zusammen, mein Name ist Alois und heute koche ich Vollkornspaghetti mit einer Schinken-Sahnesauce. Für vier Portionen brauchen wir gar nicht viel. 250 Gramm Spaghetti, 100 Gramm so eine leichte Creme zum Kochen, 200 Gramm Frischkäse, 200 Gramm gekochter Schinken, 200 Gramm geschnittener Lauch, 200 Gramm Zucchini und wie immer Salz und Pfeffer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020